Hallo liebe Zwillinge und willkommen. Ich habe wieder Karten gemischt und ausgelegt für euer Sternzeichen, diesmal für den Monat Oktober 2020. Es geht um Liebe, Leidenschaft, Partnerschaft und liebevolle Verbindungen, die euch wichtig sind. Ich starte hier mit den Tarotkarten auf der rechten Seite und ergänze anschließend mit Lenemontkarten auf der linken Seite. Wie immer ist es ein Kartenspiel, bitte betrachtet es auch spielerisch, das könnt ihr sehr gut, liebe Zwillinge. Schaut, wo passt es auf eure Situation. Wenn es gar nicht passt, dann macht es bitte auch nicht passend. So, ich beginne immer mit Monatsenergie. Worum geht es hier überhaupt bei euch im Oktober? So, da habe ich einmal hier die Neun der Münzen und den Bube der Kälte. Bei Neun der Münzen geht es um eine gewisse Stabilität, die man sich mittlerweile aufgebaut hat. Man ist unabhängig und selbstbewusst genug, um die künftigen Herausforderungen zu meistern oder sich einer bestimmten Situation zu stellen. Einige befinden sich momentan im Single-Status oder fragen sich, ob sie Single sind oder nicht. Beim Bube der Kälte geht es um ein vorsichtiges, zartes Aufeinanderzugehen. Ja, vielleicht haben es auch einige mit einem Bube der Kälte zu tun. Mit einem Menschen, der sehr sensibel ist, ja, sehr empfindlich reagieren könnte. Und hier drauf geklärt, drei der Stäbe, hat man schon einen gewissen Plan, ja, was man da aufbauen möchte, wie man es machen möchte. Ja, man ist aber noch nicht so ganz in die Handlung übergetreten. Man hat hier eine gewisse Vision. So, ich schaue mal auf die Vergangenheit. Was war in der Vergangenheit so los bei euch? Ja, fünf der Stäbe. Also in der Vergangenheit, liebe Zwillinge, habt ihr euch hier in der Situation befunden, ja, wo es sehr viel Disharmonie gab, ja. Ich nenne das mal so, man war immer irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort. Also egal, was man hier probiert hat, man ist hier nicht auf einen Nenner gekommen. Vielleicht hatte jeder andere Vorstellungen davon, wie man gewisse Sachen umsetzen sollte. Also jeder hat hier irgendwie am anderen Strang gezogen, aber man hat hier niemals irgendwie am gleichen Strang gezogen, um etwas, ja, irgendwas in die Wege zu leiten, irgendwas aufzubauen. Hier können auch gewisse Unstimmigkeiten vorhanden sein oder, ja, man war sich hier eigentlich gar nicht so richtig einig, ja. Und mit der Weltkarte kann man sagen, dass man hier mit diesem Quatsch aufgehört hat oder man hat sich einfach aus einer Verbindung rausgelöst, ja, wo man hier nicht weitergekommen war. Ja, man hat hier auch etwas beendet oder man hat hier vielleicht irgendeinen Konflikt beigelegt. Man hat es irgendwie abgeschlossen. So, dann schaue ich mal auf die Gegenwart. Was ist jetzt so los bei euch, liebe Zwillinge? Siebende Kelche, ja, gefühlsmäßiges Würrwarr. Ja, siebende Kelche spricht davon, man kann irgendwie eine Situation nicht durchschauen. Vielleicht fühlt man sich auch getäuscht. Man weiß nicht so richtig, woran man dran ist. Ja, das könnte auch dazu führen, dass man gefühlsmäßig überfordert ist. Vielleicht geht es auch manchen so, dass sie durch äußere Faktoren wie halt berufliche Herausforderungen oder häusliche Aufgaben zu sehr abgelenkt sind und deswegen sich gar nicht so auf die Emotionen fokussieren können. Vielleicht gibt es bei einigen auch mehrere Angebote, mehrere Kandidaten sozusagen und man kann sich nicht so richtig entscheiden. Ist auch möglich. So, hier haben wir den Hohepriester, den Ritter der Schwerter und den Ritter der Münzen. Ja, also irgendwelche von euch haben immer noch einen festen Glauben an eine bestimmte Verbindung, dass das hier gut werden kann. Man glaubt immer noch so dran. Der Ritter der Schwerter zeigt mir aber, dass mittlerweile sehr viel Ungeduld aufkommt. Ja, man ist hier mittlerweile schon ziemlich gereizt, weil hier gar nichts vorwärts geht. Ja, vielleicht war man hier mit so einem soliden Angebot unterwegs, aber ja, man hat niemanden angetroffen und mittlerweile ist man schon sehr ungeduldig. Hier könnten aber auch zwei Personen angezeigt sein. Ja, die eine Person will hier ziemlich forsch vorangehen, etwas bewegen und die andere Person ist zwar sehr, ja, sehr interessiert, aber auch sehr langsam, ja, im Vorwärtskommen. Ja, kommt nur sehr langsam aus sich heraus, kommt nur sehr langsam auf den anderen zu. So, jetzt schaue ich mal direkt auf dich, lieber Zwilling. Wie geht es dir so mit der Situation? Wie gehst du denn mit der Situation um? Wie verhältst du dich? Ja, zunächst mal haben wir hier das Gericht, ja. Das ist so ungefähr, das ist so ein Wake-up-Call, das ist so ein plötzliches Erwachen. Irgendwas wird jetzt hier klar oder man wird hier so richtig munter. Hier haben wir drauf geklärt, einmal die Prinzessin, der Stäbe, den Tod und Ast der Schwerter. Ja, lieber Zwilling, vielleicht warst du hier sehr feurig unterwegs, hast aber irgendwie die Lust verloren. Also irgendwas hat dich hier angeregt, sage ich mal so. Ja, und du warst hier mal kurzzeitig Feuer und Flamme, aber vielleicht war es nur eine Stichflamme. Oder deine Begeisterung hat hier sehr kurz angehalten. Vielleicht war auch deine Begeisterung nicht groß genug, um hier etwas Initiative reinzubringen. Ja, und ja, jetzt merkst du irgendwie, das wird hier nichts, ja. Und möchtest das vielleicht auch beenden. Und hier siehst du entweder eine neue Chance, eine bessere Chance, ja. Oder hier ist angezeigt, dass du in dieser Verbindung, wo du bist, einfach vielleicht mal einen klaren Schnitt machen solltest, ein klares Wort sprechen solltest, eine Entscheidung treffen solltest. Hier ist auf jeden Fall die Gelegenheit dazu da. So, dann schaue ich mal aufs Gegenüber. Wie geht es denn deinem Gegenüber so? So, da haben wir zunächst mal den Eremiten, ja. Das ist auch so Jungfrauenergie. Vielleicht haben es manche auch mit Jungfrauen zu tun. Oder Erdenergie auch sehr stark. Ja, das Gegenüber ist hier im Rückzug. Oder hält sich zurück, verhält sich vielleicht auch distanziert, um Erkenntnisse zu sammeln oder um sich über etwas klar zu werden, ja. Bei dir haben wir ja auch irgendwie so eine gewisse Klarheit. Du kommst hier auch zu einer gewissen Erkenntnis. Ja, beim Eremiten geht es um sehr tiefgreifende Prozesse, ja. Ja, also der Eremit sieht das große Ganze auch. Ja, versucht auch so die ganzen Ereignisse in Verbindung zu bringen. Ja, wir haben nochmal drauf geklärt. Zwei der Schwerter, vier der Stäbe und die Königin der Schwerter. Wow. Also deinem Gegenüber ist auf jeden Fall hier als Königin der Schwerter unterwegs. Möglich, dass dir das imponiert, weil Schwerter sind ja deine Energie. Diese Person tritt hier sehr klar auf. Die geht sehr mit dem Verstand vor. Und diese Person hat nicht so viel Geduld, würde ich jetzt mal so sagen. Also diese Person ist sehr kalkuliert, sehr strukturiert und guckt momentan auch sehr stark auf ihre eigenen Bedürfnisse. Und wenn du jetzt an diese Person herantreten möchtest, kann ich dir sagen, diese Person ist sich sehr unsicher, ob sie diese vier der Stäbe, also diese Stabilität, dieses feste Fundament mit euch, also mit dir zusammen aufbauen möchte. Ja, also wenn ich hier nochmal zurückgehe, hier haben wir Bube der Stäbe. Möglich, dass du hier irgendwie zwischendurch oder länger mit einer anderen Person beschäftigt warst. Das hat dich hier nicht so sehr gereizt, ja. Und jetzt siehst du hier irgendwie eine Chance, vielleicht auch mit dieser Königin der Schwerter. Aber diese Königin ist ja sehr unentschlossen bezüglich einer häuslichen Situation oder einer partnerschaftlichen Situation. Vielleicht muss diese Königin der Schwerter auch erstmal eine bestehende Partnerschaft, eine bestehende Verbindung bei sich entscheiden. Vielleicht, lieber Zwilling, interessierst du dich momentan für eine Person, die gebunden ist oder sich momentan aus einer Partnerschaft lösen möchte. Aber diese Königin ist hier noch sehr unentschlossen, ja. Und die geht sehr, sehr klar mit dem Verstand vor. Die ist sehr, die wirkt auch sehr distanziert, weil die hier wirklich auch eine Entscheidung treffen möchte, aber momentan irgendwie auch nicht kann. So, dann schauen wir mal weiter. Wie könnte das hier prognostisch so weiterlaufen mit euch? Demäßigkeit. Ja, auch so eine Rückzugskarte oder eine etwas passive Karte. Man geht hier nicht wirklich so ambitioniert voran. Man macht hier nicht wirklich Tacheles. Das wird hier so hin und her schaukeln. Man versucht so ein bisschen abzuchecken. Wie geht es dem anderen? Man führt hier vielleicht auch Gespräche von Herz zu Herz oder versucht hier auch etwas in Heilung zu bringen. Ja, eine sehr vorsichtige Energie. Ich bin nicht so der große Fan von der Mäßigkeit, muss ich mal so sagen. Und hier mit den vier der Münzen. Ja, man ist hier sehr zurückhaltend. Man ist hier sehr vorsichtig. Man ist hier auch teilweise wirklich sehr verschlossen. Vielleicht auch zu verschlossen. Ja, weil wir haben hier auch das Gericht. Und das Gericht sagt hier, wach auf. Guck dir das genau an. Weil hier haben wir auch sieben der Schwerter. Das ist so eine, ja im klassischen Sinne so eine Betrugskarte. Man könnte hier irgendwie veräppelt werden. Man könnte hier mit jemandem zu tun haben, der um den heißen Brei herumredet, sich immer wieder rausredet. Ja, wir haben hier auch die aktuelle Situation mit den sieben der Kelsen. Ja. Man ist hier ziemlich im Gefühlswürrwarr. Möglich auch für einige, weil halt noch eine oder mehrere weitere Optionen zu der derzeitigen Situation dazukommen. Und hier ist Aufpassen angesagt, ja. Dass man sich hier vielleicht nicht zu große Hoffnung macht. Und ja, man sollte hier auch vorsichtig agieren, weil hier können auch einige Verhaltensweisen beim Gegenüber durchaus falsch ankommen. Ja, dass man hier nicht so ganz ernst genommen wird oder das einem unterstellt wird. Man hat hier keine ernsten Absichten, weil man sich sehr zurückhält. Ja, vielleicht guckt, dass man so seine Schäfchen ins Trockene bringt. Ja, sehr komplex. Also sehr viele widersprüchliche Energien. Das zeigt mir manchmal, dass mehr als zwei Personen involviert sind. Ja, dass verschiedene Energien zusammenkommen. Ja, schaut mal, ob es auf euch passt. So, ich gucke nochmal hier drüben auf die Lenormon-Karten, was die mir so sagen. Hier zentral in der Mitte die Sense. Achtung, Achtung, aufpassen, ja. Hier ist der Faktor Zeit ganz wichtig. Die Kuckucksuhr. Hier könnte für einige irgendwie Zeit eine wichtige Rolle spielen. Ja, vielleicht sollte man auch nicht zu lange hadern, wenn jemandem etwas oder jemand wichtig ist. Hier könnte die Zeit ablaufen. Ja, wenn man vielleicht irgendwie zu lange überlegt oder sich vor einer Entscheidung drückt und eines Tages wacht man auf und denkt sich, oh ja, ich möchte doch die Beziehung mit dir haben. Und dann ruft man den anderen an und sagt der andere, du, ich bin schon längst ganz woanders. Du hast mich jetzt hier drei Jahre lang sitzen lassen, warten lassen. Also jetzt mag ich auch nicht mehr, so ungefähr, ja. Ist jetzt überspitzt. Aber ihr wisst, was ich meine. Hier mit der Lupe. Ganz genau hinschauen. Schaut euch die Sachen ganz genau an. Hier der Schlüssel mit dem Baum. Ihr habt eigentlich den Schlüssel in der Hand. Ihr könnt eine Situation für euch lösen. Ihr könnt eine Situation öffnen. Ich glaube, das war sogar auch letzten Monat schon, so im September. Ihr müsst es nur wollen. Ihr müsst nur diesen Schlüssel in die Hand nehmen. Ja, hier mit dem Turm. Hier gibt es bei einigen irgendwie eine Distanz, eine On-Off-Beziehung. Oder man ist hier auch räumlich voneinander entfernt. Ja. Hier ist irgendwie auch eine häusliche Situation angezeigt, wo sehr viel Distanz ist. Ja. Vielleicht sind welche auch räumlich in einer gemeinsamen Wohnung, im gemeinsamen Haus. Sind aber trotzdem irgendwie sehr auf Abstand miteinander. Hier haben wir die Lilien und die Sonne. Also bei denen, wo es um familiäre Angelegenheiten geht, muss ich sagen, da kommt wieder positive Energie rein. Da kommt wieder viel Wärme und viel Stabilität rein, ja. Was so Familienangelegenheiten anbetrifft. Vielleicht sogar auch Familienangelegenheiten, wo man sehr in Distanz ist, ja. Wo eine Trennungssituation in der Schwebe ist. Hier haben wir einen Herren. Ganz zum Schluss. Also hier hat eine männliche Energie definitiv die Zügel in der Hand. Auch die Macht, gewisse Sachen zu entscheiden, gewisse Sachen zu forcieren, vorwärts zu bringen. Hier sehe ich eine männliche Person, die guckt in die Sonne und in die Lilien, ja. Also für die Frauen unter euch könnte hier auch ein Mann auftauchen, ganz plötzlich. Ja, wo eine schöne Romanze möglich ist, sage ich mal so. Für die, die es interessant finden. Wenn ihr Männer seid und ihr guckt hier gerade diese Legung, kann ich euch sagen, ihr kommt hier wieder in eine ganz tolle positive Energie rein, ja. Ich sehe auch dieses Bild fast schon so abgeschnitten, ja. Dass man, also hier sehe ich sozusagen wie so eine Trennlinie. Also auch wenn es hier oben irgendwelchen Knatsch gibt, irgendwelche Unstimmigkeiten, wenn hier irgendwas nicht in Ordnung ist, hier unten, man fokussiert sich wirklich auf das Positive und auf die Harmonie. Man versucht hier wirklich, sich so von irgendwelchen schlechten Energien oder ungemütlichen Zuständen zu distanzieren. Ja, auf jeden Fall kann ich sagen, im Oktober könnte es hier zu einer unerwarteten Wendung kommen, für so einige Zwillinge, ja. So. Achso, hier mit dem Herrn wollte ich noch sagen, auch, also ob weiblich oder männlich, ja. Für die Zwillinge ist es ganz wichtig, hier in die Handlung, in die Aktivität zu gehen, ja. Vielleicht auch ein klares Wort zu sprechen, etwas zu entscheiden. Das wollte ich euch noch mitgeben. Okay, das war es auch schon. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Oktober, viel Glück, Erfolg und Liebe und vielleicht bis bald wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.